ja moin moin meine lieben carlos army mitgänger hier ist wieder euer carlos ich bin endlich wieder da erstmal servus und waldmannsheil und ich begrüße euch alle zumindest für die die hoffentlich noch da sind und ja ich bin wieder zurück heute mal mit dem video info video mein comeback ich bin wieder da das heißt nach morgen geht es wieder los allerdings werde ich da nicht weiter mit pokémon dust oder pokémon zombie erstmal machen weil das thema ist für mich erstmal absolut ausgelutscht ich fühle es nicht mehr ich habe da irgendwie keine freude mehr dran aber ich habe das jetzt einfach hier noch mal als hintergrund ausgewählt so meine lieben freunde ich habe euch sehr vermisst ich bin froh wieder da zu sein diese auszeit die doch länger war als ich gedacht hatte ich habe ich habe mich selber geschockt tat mir sehr sehr gut ich habe es wirklich gebraucht und ja ich bin wieder da mit neuen kräften und ich kann hoffentlich wieder richtig loslegen allerdings nicht vollgas sondern ich werde ab sofort das anders machen und zwar habe ich mir überlegt ich werde das ab sofort so machen dass ich nur noch pro woche ein zwei bis zwei bis drei videos mache die dann aber natürlich länger sind so 30 bis 40 minuten dann der part wenn ich dann nur noch schon nicht mehr jeden tag mache das möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr und ja das wird dann zukünftig erst mal der plan sein ja ich hoffe ihr seid noch alle da ich begrüße euch jetzt mal wieder einzeln den michael den sergey den mc butterberg die rosa den nightsword markus mc markus ich hoffe ich habe die namen alle noch richtig im kopf also ich begrüße euch alle die ihr dabei seid und hoffentlich noch oder dabei wart wie auch immer ja mir geht es wieder eigentlich ganz gut also ja ich habe die auszeit wirklich gebraucht jetzt mal vom youtube und das und ja ab morgen wird ein anderes projekt dann starten weil pokémon zombie ich mache pokémon das natürlich auch irgendwann mal weiter aber ich fühle es momentan nicht also es wird mir keinen spaß machen außerdem möchte ich jetzt auch mal was machen wo ich halt nicht so viel dialoge lesen muss weil das geht mir auch so immer ein bisschen nach der zeit auf die stimme und meine stimme wird trocken mein hals wird trocken deswegen habe ich mich dazu entschieden dann ab morgen ein neues projekt zu machen ich hoffe das ist in ordnung ich wollte mich aber auch während meiner abwesenheit ganz herzlich bei euch bedanken erstmal vor einem unglaublichen weiteren support ich habe so viele abonnenten noch dazu bekommen so viele klicks noch gemacht und aufmerksamkeit also das ist ja überhaupt nicht abgerissen und dann möchte ich euch einfach mal von ganzen herzen riesen dankeschön sagen also wir stehen jetzt knapp vor 240 abonnenten wir schaffen bestimmt auch so dann die 300 und ja ich bin einfach froh dass ich wieder da bin die parts morgen dann zum einstieg wird aber erstmal wieder 20 minuten werden weil das ist erstmal so ein kleiner einstieg und dann die videos die werde ich immer so im abständen von zwei bis drei tagen machen weil das einfach für mich entspannter dann kann ich auch zwischendurch immer mal genügend durchschnaufen weil jeden tag habe ich schon gemerkt klar ist natürlich auch schön aber man merkt natürlich ist zusätzlicher stress und das möchte ich nicht mehr deswegen werde ich ein bisschen vom gas runterfahren aber mir war es heute erst mal wichtig endlich zu verkünden dass ich wieder da bin und ich hoffe ihr freut euch darüber über diese ankündigung ich hoffe ihr seid auch noch alle da und und ich hoffe natürlich ihr seid gesund und ja das projekt werdet ihr dann morgen sehen ist das eins meiner absoluten kindheit spiele was ich dann machen werde ich hoffe ihr werdet das projekt auch mit mir verfolgen auch wenn es kein pokémon zombie ist also ja das wäre es dann ja schon also das war das info video dass sie wieder da bin wie es in zukunft läuft und ja und das würde ich sagen wir sehen uns morgen dann zum projekt start 20 minuten erstmal wieder erstmal wieder ganz langsam reinkommen ohne stress vollkommen gemütlich und ja ich hoffe wirklich ihr seid noch alle da und verfolgt mich und wenn nicht ich könnte es euch nicht verübeln es war jetzt eine lange auszeit aber ich hoffe wirklich dass ihr noch da seid denn ich habe einen traum und diesen traum den möchte ich mit euch zusammen erreichen ok leute würde ich sagen wir sehen uns morgen ich würde schon noch einen schönen donnerstag und ja ich freue mich einfach wieder darauf loszulegen und ich verabschiede mich von euch bis dann euer kardos tschö tschö